Welches Wappen gehört zum Bundesland Brandenburg? 1, 2, 3, 4 Nummer 1 Welches ist ein Landkreis in Brandenburg? Bricknitz, Rhein-Sieg-Kreis, Vogtlandkreis, Amberg-Sulzbach Bricknitz Für wie viele Jahre wird der Landtag in Brandenburg gewählt? 3, 4, 5, 6 5 Ab welchem Alter darf man in Brandenburg bei Kommunalwahlen wählen? 14, 16, 18, 20 16 Welche Farben hat die Landesflagge von Brandenburg? Blau, Weiß, Rot Rot, Weiß Grün, Weiß, Rot Schwarz, Gelb Rot, Weiß Wo können Sie sich in Brandenburg über politische Themen informieren? Bei den Kirchen Beim Ordnungsamt der Gemeinde Bei der Landeszentrale für politische Bildung Bei der Verbraucherzentrale Bei der Landeszentrale für politische Bildung Die Landeshauptstadt von Brandenburg heißt Potsdam Kottbus Brandenburg Frankfurt oder Potsdam Potsdam Welches Bundesland ist Brandenburg? 1, 2, 3, 4 4 Wie nennt man den Regierungschef, die Regierungschefin in Brandenburg? Erster Minister Erster Minister Erste Ministerin Premier Minister Premier Minister Premier Ministerin Bürgermeister Bürgermeister Bürgermeisterin Ministerpräsident Ministerpräsident Ministerpräsidentin Ministerpräsident Ministerpräsident Ministerpräsidentin Welchen Minister, welche Ministerin hat Brandenburg nicht? Justizminister, Justizministerin Außenminister, Außenministerin Finanzminister, Finanzministerin Innenminister, Innenministerin Außenminister, Außenministerin Außenminister, Außenministerin